Herzlich Willkommen zu Ultra Rapid Fire, den Modus, den ich so vermisst habe. Das letzte Mal kam der im Februar und der Modus ist so geil für die, die den Modus nicht kennen. Man hat keinen Mana-Verbrauch, kann alle Spam, war alles so gut, die gar keinen Cooldown hat und ja, bester Modus ever und ich konnte es kaum erwarten. Und heute ist er endlich da. Ich glaube, das ist somit der geilste Modus überhaupt. Oh, und dann habe ich auch noch Zix. Butz. Die ist kein Mana-Verbrauch, das ist so broken und die Champs sind halt echt so dermaßen OP. Siehe Zix. Wir spielen gegen einen Sinchdorf in Mitte, der könnte wahrscheinlich ekelhaft werden. Ich mag Sinchd nicht als Champ an sich. Komm, komm, komm. Scheiße. Jetzt aber. Alter, jetzt. Jetzt aber. Ja. Bam. Und Ignite hat halt nur 36 Sekunden Cooldown oder sowas. Das ist halt absolut GG. Er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Ah, herrlich. Ah, schön. Ist ein Träumchen, wie man schon sieht. Es ist einfach OPS-Fuck und es macht so viel Spaß. Ich glaube, der Sinchd hat keinen Bock mehr. Oh, oh. Das ist jetzt Unlucky. Oh. Oh. Und, und. Oh. Oh. Ach, Tapie. Ich bin so ein Lacker. Und, äh, nein. Geh weg, Quinn. Das ist meins. Was soll das denn jetzt? Was macht ihr hier? Ich bin ja auch gleich Level 6. Und ich bin Level 6. Rip Midtower. Ah. Unlucky. Egal, die holen wir uns. Komm, 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 komm. Ah. Wo ist der jetzt hin? Ah. Nee. Nee, komm. Oh Gott. Jetzt haben wir mal den Brand auf die Fresse. Oh. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ha 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 Komm Oh Gott, oh Gott Scheiße Ja gut, 6-1, das kann man schon mal machen Komm Sinj, ernsthaft Ernsthaft Sinj, du versuchst es überhaupt Kaylee, nein 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 Oh Come on Gut, Poppy vergiss es Putz GG Oh Gott, ich bin Rib Ich bin Rib Scheiße Scheiße Oh Gott Aber der Tower ist noch weg Das ist perfekt Der Yi schnitzt hier durch, alle klar Yi, hier Alter Alter, der rasiert, alter Läuft bei dem Und da war der Panther-Steel Ah Oh Gott, ich hasse die Bomben von Siljan, Mann Oh Mann, ist magieresistent Hab genug Oh 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 Gut Es war jetzt Unlucky Unruh Unruh Ich mach was anderes Ich mach was anderes Ähm Hoffentlich komm ich da noch hin Es muss halt jetzt schnell gehen Er stirbt glaub ich auch Ja Lol Auch unbedingt magieresistent Oh Mann Oh Mann Ich will jetzt den Tower haben Ich will jetzt den Tower haben Ich hätte jetzt gerne den Tower bitte Oh fuck Was mach ich denn? Was ist das denn für eine Ulti? Und was machen die da? Hier der Tower Oh Oh lol Als ob ich das noch Als ob ich das jetzt überlebe Oh alter Oh alter 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 Oh der Jee-Man Das ist der übelste Tryharder Aber es hat funktioniert Oh Gott Galio, rette uns Ja Geh, Geh filtere Geh, Geh Dääh Himmel Teigen vite Legen bum dry Teigen Blach Additional